Herzlich Willkommen zum 11. Tag von 24 mal Weihnachten neu erleben. Heute unter der Überschrift, oh du fröhliche, ein Fest der Familie. Ich kenne viele Menschen, die wie ich gefühlt Weihnachten gar nicht feiern können ohne dieses Lied, oh du fröhliche. Und das meinen wir nicht wie den Ohrwurm von OEM, ohne den man Weihnachten tatsächlich nicht feiern kann, weil man einfach diesem Lied nicht entkommt. Jedes Wort, das löst bei jedem von uns Gefühle und eben Gedanken aus. Ganz unterschiedliche. Nehmen wir mal das Wort Winter. Die einen lässt bei dem Gedanken an Skifahren und Berge das Herz höher schlagen. Andere fangen oder denken dabei an Glatteis, Kälte und fangen unwillkürlich an zu frieren. Und wieder andere verbinden Winter mit Kerzenschein, Weihnachten und Familie. Und jedes dieser Worte löst wieder bei jedem andere Gedanken und Gefühle aus. Für die einen ist Weihnachten der schönste Tag im Jahr. Sie freuen sich darauf, ihre Lieblingsmenschen um sich zu haben, sie zu verwöhnen, zu beschenken. Man macht es sich gemütlich daheim, schmückt das Haus festlich, man isst lecker zusammen, lacht, vielleicht singt man auch. Und vielleicht merkt ihr es, das ist meine Verbindung mit dem Wort Winter oder Weihnachten. Tatsächlich löst der Advent bei den allermeisten Menschen Erwartungen oder so eine Sehnsucht nach diesem Odo Fröhliche, Odo Seeliche, nach einer gnadenbringenden Weihnachtszeit. Und in der Umfrage 2018, warum sie Weihnachten feierten, antworteten 69 Prozent der Befragten, weil die Familie dabei dann zusammenkommt. Aber für manche ist Weihnachten und Advent die traurigste, die einsamste Zeit überhaupt. Weil sie aus verschiedenen Gründen niemanden haben, mit dem sie feiern. Vielleicht noch nicht mal jemanden, der an sie denkt. Johannes Falk, aus dessen Feder das Lied Odo Fröhliche stammt, der kommt oder kam selbst aus ganz einfachen Verhältnissen. Und hätte er nicht einen Gönner gehabt, der ihn gefördert hat, dann wäre dieses Lied wohl nie entstanden. Und aus Dankbarkeit nahm er sich später zahlloser Waisenkinder an und als ihr Adoptivvater hat er ihnen eine neue Perspektive geschenkt und nicht wenigen davon auch tatsächlich im wörtlichen Sinne das Leben gerettet. Was feiern wir an Weihnachten eigentlich? Viele Menschen wissen das heute gar nicht mehr so genau. Wir feiern, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Und weil Jesus später an Karfreitag freiwillig den Opfertod für unsere Schuld und unsere Sünde gestorben ist, ist Weihnachten heute schon oder jetzt schon die Einladung Gottes, an dich und mich Teil seiner Familie zu werden. Als Adoptivkinder sozusagen. Du bist ihm wichtig. Er will dein Bestes. Das ist das Geschenk, um das es an Weihnachten geht. Und deshalb beschenkt man sich heute an Weihnachten. Christus ward auch für dich geboren, um bei dem alten Text zu bleiben. Wozu willst du dich aus Dankbarkeit, wie einst Johannes Falk, diesen Advent inspirieren lassen? Aus Dankbarkeit. Was immer es sein mag, ich bin sicher, dass himmlische Heere darüber jauchzen werden. Ich wünsche dir eine gnadenbringende Weihnachtszeit.